Also, der Buschbrand in Australien hat es hunderte Quadratkilometer in den Wald abgebrannt und es hat Milliarden von Tieren verbrannt. Es ist eine Naturkatastrophe, wie es noch nie gab. Also der Buschbrand war immens, rekordmässig in den letzten 100 Jahren. Und es ist ein Fehler, wenn sie da die Hilfe von Europa ablehnen. Man muss da helfen, man muss sogar die Armee und die Polizei und alle öffentlichen Ämter dafür einsetzen, damit der Buschbrand beendet werden kann. Und man sollte Amerikaner dafür haftbar machen. Das hat sicher einem irgendwie eine Zigarette weggeschossen oder einfach etwas gebrätelt am Wald draussen. Und dann ist der ganze Busch in Australien in Brand geraten. Und so etwas müssen wir vermeiden.